Henry ist unser schwarz-weißer Wonneproppen. Er kommt aus Ungarn und hat seine mittlerweile schon dritte Heimat hier im Tierheim. Wurde von uns vermittelt vor etwa anderthalb Jahren an eine ältere Dame, die dann relativ schnell krank geworden ist und der Henry dann zu viel geworden ist. Henry ist ein Energiebündel, was andere Hunde nicht unbedingt liebt. Und es kam dazu zwei, drei unangenehmen Begegnungen für die alte Dame, die sich deswegen dann entschieden hat, Henry wieder an uns zurückzugeben. Und jetzt ist er etwa zweieinhalb Monate wieder bei uns und sucht einen Platz, wo er genügend Auslauf hat, wo er Bewegung bekommt und vor allen Dingen, wo er auch gekuschelt wird. Er neigt auch ein bisschen vielleicht, mal schnell was anzusetzen um die Hüften herum. Deswegen Bewegung wichtig, die ein oder andere Streichleinheit. Er ist ein absoluter Couch und bei der alten Dame wurde er nach Strich und Faden verwöhnt und das braucht er natürlich auch weiterhin. Henry, ein lieber kleiner Kerl, der mit seinen acht Jahren langsam wirklich einen schönen Platz braucht, auf dem er den Rest seines Lebens genießen kann. Ja, alle Hunde im Tierheim Ostermünchen können natürlich besichtigt werden während der normalen Gassi-G-Zeiten. Vermittlungsgespräche führen wir nur gegen Voranmeldung unter der Telefonnummer 08067 180 278. Gassi-G-Zeiten sind jeden Tag zwischen 10 und 12 Uhr und am Nachmittag dann von 15.30 Uhr bis 18 Uhr.